Gewinne, gewinne, gewinne gibt's auch hier beim BVB-Legenden-Derby. Kommen Sie rein, seien Sie dabei, ab geht die wilde Fahrt mit diesen Kandidaten. So, jetzt fühle ich mich alt, denn ich habe die jüngste Kirmes-Truppe vom Legenden-Derby hier bei mir zusammen. Ich habe aber schon was erfahren, nämlich Felix. Du kennst dich mit dem Spiel aus, du warst oft auf der Bottropper-Kirmes? Das ist richtig, ja. Und deswegen gewinnst du das Ding hier heute? Auf jeden Fall. Das werden wir sehen. Jude, interesting, you took Stefan Chapuisar, why so? You told me to. Okay, alright, let's start. Es ist eine Menge Druck auf den Kessel in diesem Legenden-Duell. Ganz hoher Besuch, wir haben einen Livestream übrigens ins Büro von Michael Zorc, Mucki, nur dass du es weißt. Da ist ein bisschen Druck auf dem Kessel, der Cheftrainer guckt auch zu. Also wer es jetzt vermasselt, sag ich mal, der spürt Konsequenzen. So viel ist auf jeden Fall klar. Ihr seid bereit, you ready? Three, two, one. So. Was glaubst du denn, wer gewinnt, Mann? Jedenfalls Focci nicht, das ist ja schon mal klar. Noch sieht es aber ganz gut aus, ist ziemlich eng. Pischo? Ja, sieht nach Pischo aus. Der hat eine wirklich hohe Quote, glaube ich, sogar bisher in diesem Rennen. Aber noch ist alles drin. Stefan Chapuisar, Jude Bellingham's favorite Player of all time. Oh, das sieht sehr gut aus. Sehr, sehr gut aus sogar. Und jetzt geht's ums Ziel. Wir haben einen Gewinner. Jude Bellingham. Yes, you did. That's how fast it goes. Nee, Mucki, leider nein. Denn zweiter ist Lukas Piszczek, also die Bottromer Kirmes. Das Jugendtrainingslager auf der Bottromer Kirmes hat anscheinend Wirkung gezeigt. Hat sich ausgezeigt, ja. Aber so nah war der Turki noch nie am Ziel. Dazu äußere ich mich nicht. Jude, you wanted him, you got him and now you won with him. Any words? Ja, ich bin wirklich glücklich. So sind wir.